Hallo liebe Fußballfreunde und herzlich Willkommen hier zum vorletzten Vlog hier in den Niederlanden. Heute geht es endlich zum Stadion von PSV Eindhoven. Ich bin echt gespannt und freue mich auch riesig darauf, das Philipp Stadion endlich mal live zu sehen. Vielleicht sieht man es leicht, ja, ich bin hier so etwas rötlich. Ich habe, gestern hat echt stark die Sonne geschienen und ich war eine halbe Stunde länger draußen, als es eigentlich zu gut war. Aber es war schön warm auf jeden Fall, also es ist echt schön. Vorhin war es hier noch echt, echt neblig. Mittlerweile hat sich das gelegt und soviel kann ich sagen, morgen, beziehungsweise für uns morgen, für Uwe und mich, für euch vielleicht in zwei, drei Tagen, ich muss gucken, wie ich das mit dem Schneiden mache, gibt es denn für euch das Let's Eat. Denn morgen soll es hier nicht so schön werden. Ihr hört auch schon, Schuhe werden abgeklopft. Es geht nämlich jetzt auch natürlich so gut wie los. Aber jedenfalls, alles ist geholt fürs Let's Eat und Uwe und ich setzen uns dann da auf die Couch und werden dann wunderschöne niederländische Spezialitäten vernaschen und unsere Meinung dazu sagen, ob es gut schmeckt, ob es empfehlenswert ist. Und ja, wir sehen uns dann in Eindhoven. Und ja, wir sehen uns dann auch schon. Und ja, wir sehen uns dann. 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 Und ja, wir sehen uns dann auch schon wieder die Anfahrt gesehen. Ihr werdet auch noch ein paar Bilder sehen, die jetzt irgendwie sonst, die ich noch mit meinem Handy machen werde und dann ein bisschen bearbeite. Und ich denke schon, dass ich mir hier... Und ich denke schon, dass ich mir hier Schal oder vielleicht Kohl, ich weiß es noch nicht. Aber auf jeden Fall ist es mega geil, jetzt hier zu sein. Ich freue mich riesig und genieße jetzt erstmal diese wunderschöne Aussicht. Und ja, wir sehen uns dann. 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 Also, ob es nun Schuhe, nur Hosen oder so sind. Also sehr, sehr viel jedenfalls. Naja, warum ich jetzt vielleicht ein bisschen gestresst wirke oder so, vielleicht habt ihr ja schon bei Minecraft Lost erfahren. Denn ich glaube, dass wir den ganzen Vlog einnehmen. Ich sage nur so, für die Rückfahrt war ein Horrortrip. Um das kurz zu fassen. Echt kurz. Ich werde mich jetzt hier umziehen. Muss natürlich gucken. So, hier habe ich alles. Denn jetzt ist es kurz durch für euch. Hier ist meine Jogginghose. Mein Schlabbershirt. Ich werde mich jetzt umziehen. Dann setzt man sich noch kurz hin. Ja. Ich hoffe natürlich trotzdem. Euch hat dieser Vlog hier gefallen. Ihr habt die Fotos gesehen. Also das war echt ein sehr, sehr schönes Erlebnis für mich. Also ein Traum ist wahr geworden. Ich war jetzt in Eindhoven. Ich habe das Stadion gesehen. Ich habe ein Trikot. Was ihr dann auch in den Bildern gesehen habt. Und freue mich tierisch. Also wie gesagt. Kann ich euch nur empfehlen. Eindhoven als Reiseziel. Und wie gesagt. Ich werde mich jetzt umziehen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Euch erwartet jetzt noch ein Video. Ja. Euch erwartet jetzt noch ein Video. So. Ich mache hier einfach schon mal meinen Gürtel ab. Das geht gut mit einer Hand. Und wie gesagt. Aber wie gesagt. Euch erwartet jetzt noch ein Video. Ein wunderschönes Lezid mit Uwe und mir. Da könnt ihr euch sehr, sehr drauf freuen. Und ich freue mich auch drauf dann mit Uwe gemeinsam. Holländische Spezialitäten dann zu essen. Natürlich nicht so viel. Aber auf jeden Fall ein bisschen etwas. Und noch zu trinken haben wir was. Und ja. Mir bleibt nur zu sagen. Euch einen wunderschönen Resttag. Freut euch auf den letzten Vlog. Gibt sehr, sehr gerne eine Bewertung ab. Und ja. Anpfiff ab, Pfiff Tor. Tschau fürs Befreude. Und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und tschüss.